Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es einmal die Analyse zu dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC Endergebnis 1 zu 2. Doch bevor ich dieses Spiel einmal ganz exakt analysieren werde und das wie gelaufen ist, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, abonniert ganz gerne den Kanal. Denn wie ihr hier seht, seht ihr immer noch, dass sehr viele Zuschauer zwar täglich meine Videos schauen, aber den Kanal nicht abonnieren. Das heißt, abonniert gerne den Kanal und solltet euch dieses Video dir heute gefallen, lasst ganz gerne ein Like da und schreibt auch ganz gerne eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. So können wir uns darüber austauschen und ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt mit der Analyse des heutigen Spiels an. Gehen wir erstmal auf die Aufstellung ein. Heute sind wir in einem 4-2-3-1 reingestattet. Plattenhardt, Niklas Stark, Boyata und Pekerek bilden die Innenverteilung und Schwodo stand im Tor. Davor standen Askasiba und Tarida. Davor haben sich dann Mittelstädter, Serdar und Richter auf den Außenmannspositionen angesiedelt und die einzige Spitze war bei uns Christoph Piontek. So, fangen wir jetzt erstmal daran. Toussaint fehlte heute leider beim Spiel, dafür aber waren Mauli da und Christoph Piontek wieder endgültig fit. Darüber hinaus fehlte Marton Dardai aufgrund von Sprunggelenksproblemen und ja, ich würde sagen, dass wir heute wieder jede Menge Verletzungsprobleme hatten, denn man muss das so sagen, es fehlen mindestens 3-4 Stammspieler. Jean Tonariga, Marton Dardai, Luka Toussaint. Und wir haben damit sehr viele Probleme, vor allem auf den defensiven Positionen und so langsam wird sich das dann auch wieder beruhigen. Also, wie sah denn dieses Spiel aus? Zusammenfassend kann man sagen, dass das heute ein richtig, richtig guter Sieg war. Wir haben 2-1 gewonnen und wir haben ganz klar die beste Saisonleistung der Saison abgeliefert. Man muss sagen, die Mannschaft muss aus dem Sieg jetzt jede Menge Kraft schöpfen, weil man hatte eine klare Spielidee heute. Man hat eine Einheit heute mal auf dem Platz gesehen und darüber hinaus hat man spielerisch sowie kämpferisch absolut überzeugt. Jeder hat für jeden eingestanden. Wir waren heute drauf und dran, sogar mal mehr als 2 Tore zu schießen und jeder Spieler hat heute alles gegeben. Und das ist wahnsinnig, wie stark das heute war. Also, fangen wir erstmal an. Wie die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit würde ich sagen, war an sich die Repräsentation eines gutes Auswärtsspiels von Hertha. Man hat einen Plan gezeigt und hat ihn diszipliniert durchgezogen. Man war körperlich sehr stark gegen die Spieler von Eintracht Frankfurt dagegen an. Aber man war auch vorne gefährlich. Das heißt, man hat durch Selbstvertrauen und eine defensive Stabilität vorne viele Chancen kreiert. Und wir haben es teilweise geschafft, Fußball zu spielen. Da waren Kombinationen dabei, die waren richtig, richtig stark. Aber dennoch, die erste Halbzeit hat Hertha kaum gepresst. Das Aufbauspiel von Eintracht Frankfurt wirkte einfach nur fehlerhaft und nervös. Das heißt, wir haben nicht nur alleine eine gute Leistung gezeigt, sondern auch Frankfurt hat reichlich dazu beigetragen, dass wir hier heute gewonnen haben. Weil, man muss es einfach so sagen, Frankfurt, viele einfache Ballverluste, haufenweise Fehlpässe, kein ordentlicher Spielfluss. Und Askasiba hat eigentlich so gut wie jeden Ball nach der Mittellinie erobertet. Vor allem in der ersten Halbzeit war das sehr gut. Gut, also, man muss sagen, die erste Halbzeit, man stand recht tief, aber kompakt und hat dann durch gute Ballgewinne und vorne neue Chancen kreiert. Das heißt, man hat ein an sich gutes Spiel eigentlich aufgezeigt. Und ja, durch eine Flanke von Darida und einen Ball, einen guten Kopfball von Richter, ist man dann in Führung gegangen. Das ist unglücklich, weil, na gut, unglücklich für uns jetzt nicht. Aber Richter stand da relativ frei. Hätte da Hassebe und Hinteregger eine bessere Kommunikation gehabt, so wäre dieser Treffer höchstwahrscheinlich nicht gefallen. Das heißt, heute hat Frankfurt einiges dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben. Ja, dann muss man einfach mal sagen, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen, bisschen anders. Denn Frankfurt kam mit sehr viel Druck aus der Kabine. Hertha musste diese Welle an Druck erstmal überstehen. Und diese Welle an Druck war extrem hart, denn Frankfurt war 10, 15 Minuten dran. Hat zwar nicht entscheidende Torschangen kreiert, hat aber dennoch sehr viel dazu beigetragen, dass wir sehr eng am Tor stehen mussten. Und meistens nur die Bälle mit einem langen Ball ins Nix klären mussten, die dann wieder zu Nix geführt haben. Ja, Dardai hat dann versucht, diesen Druckwelle zu überstehen, hat dann dafür zwei Wechsel benötigt. Und zwar einmal Jürgen Eklenkamp hat er reingebracht und dieser hat dann das 2-0 nach einer Wahnsinnsflank für Maximilian Mittelstadt gemacht. Also meiner Meinung nach war das 2-0 wieder von Jürgen Eklenkamp, welcher bereits eigentlich schon sein zweites Tor für Hertha BSC geschossen hat. Eigentlich schon sein drittes Tor für Hertha BSC geschossen hat. Und das nach einer Einwechslung. Wenig Spielzeit braucht er, um es zu treffen. Und Eklenkamp stand einfach mal wieder goldrichtig und hat am Ende die Kaltschönlichkeit vor dem Tor, diese Dinger zu verwandeln. Denn Mittelstadt und Piontek hatten diese nicht. In der ersten Halbzeit hatte Mittelstadt als auch Christoph Piontek starke Chancen, die man hätte im Tor für Hertha BSC nehmen können. Also Eklenkamp hat dann das 2-0 geschossen und danach war Frankfurt nochmal richtig dran. Man hat zwar das Spiel halbwegs in den Griff bekommen und durch gute Einzelaktionen von Suat Serdar, Wladimir Darida, eine Kombination nach vorne erzeugt. Aber es hat nicht ganz gereicht. Aber es ist aufgefallen. Pekarek, Boyata, Wladimir Darida, alle drei haben sich absolut aufgeopfert für das Spiel. Haben dem Spiel von Hertha richtig gut getan. Eine defensive Stabilität erzeugt, wie kaum eine andere. Und das war eine, gerade von Pekarek, der stand goldrichtig, hat Kostic nicht einmal zum Zug kommen lassen. Eine imponierende Vorstellung, muss ich einfach mal so sagen. Pekarek war heute meiner Meinung nach mit einem Mann des Spiels. Aber dann kam die 81. Spielminute. Dort gab es eine ganz wirre Situation im 16. Jahr. Schwolo hat den Ball gefangen, aber stark wird irgendwie noch vom Gegner in den Ball reingeschubst. Und so gibt es 11 Meter für Frankfurt, weil Schwolo dann noch den Gegner gefällt hat. Und meiner Meinung nach war das die Entscheidung vom Schiedsrichter nachvollziehbar, aber auf jeden Fall mal diskutabel und etwas für den VAR gewesen. Meiner Meinung nach kann man den Elfmeter geben, sollte ihn man aber eigentlich nicht geben. Ja, dennoch hat man eine 2 zu 1 kassiert und dann hat man das Spiel locker runtergespielt. Frankfurt kam danach nicht mehr wirklich zum Zug, aber dennoch eine gute Leistung von allen Spielern. Und ich muss einfach mal so sagen, heute war die Zentrale von Hertha BSC, Suat Serdar, Jürgen Erchen im Kampf, Wladimir Darida, Asantias Kassiba, waren alle drei, alle vier eine Top-Leistung, eine hervorragendere Leistung von Darida. Der hat die Pässe gespielt, der hat Vorlagen gegeben wie kein anderer. Aber hätten wir heute in der Chancenverwertung mal ein bisschen Zielwasser getrunken, so hätte Darida vier Vorlagen gemacht. Weil die Pässe von ihm an Piontek, an Mittelstadt, an eigentlich auch noch Marco Richter waren teilweise phänomenal. Und die waren richtig, richtig stark. Das war schlussendlich der Schlüssel zum Sieg. Also zusammenfassend kann man sagen, es war ein tolles Spiel, wo unsere Mannschaft mal richtig wieder mal gezeigt hat, dass sie unsere Fans glücklich machen kann. Und mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass die Mannschaft alles gibt. Ich möchte, dass alles getan wird für die drei Punkte. Und ich möchte, dass am Ende keine individuellen Fehler das Spiel entscheiden. Auch wenn es so auf Frankfurter Seite heute war. Wir haben heute eigentlich relativ wenige Fehler gemacht. Wir waren eigentlich nahezu immer da. Gucken wir mal einmal auf die Statistiken. Eintracht Frankfurt hatte 13 Schüsse. 13 Schüsse, wir hatten 12 Schüsse. Aber unsere Schüsse waren brandgefährlich. Piontek war mindestens zweimal richtig stark vorm Tor. Ein richtig starker Kopfball. Und dann noch so eine Aktion, wo er eigentlich freien 16er stand. Dann noch von Richter einige Dinge. Und von Mittelstadt das große Ding. Also wir hatten heute viele, viele Chancen. Und wir haben eine Laufleistung von 117 Kilometer abgespult. 117 Kilometer. Das haben wir sonst nicht mehr. Also nur zum Vergleich, gegen Leipzig sind wir 102 Kilometer gelaufen. Das waren heute 12 Kilometer mehr. Und das ist richtig, richtig stark. Darüber hinaus muss man sagen, unsere Passquote liegt bei 71%. Das heißt, wir haben immer noch Probleme, was den Spielaufbau angeht. Und teilweise auch unsere Außenspieler, die nicht die Bälle zu Piontek bringen konnten. Da kamen öfters mal Fehler ins Spiel rein. Nichtsdestotrotz hatten wir eine Zweikampfquote von 53%. Das repräsentiert der Einsatz, den Kampf und die Leidenschaft, die Hertha BSC heute reingestellt hat. Santi Ascacipa, für mich ein Paradebeispiel. Topmann, hat heute eine super Leistung absolviert. Und dann, zum Schluss muss ich aber dennoch die Ballbesitzstatistik kritisieren. Wir können einfach immer noch nichts mit dem Ball anfangen. So richtig brauchen wir nur wenig Ballbesitz und müssen dann auf gnadenlose Effektivität hoffen. So wie es eigentlich immer unter Paldar das Spielstil war. So viel dazu und ich würde sagen, wir können zufrieden sein mit dem Sieg. Ich würde sagen, wir gehen in die Notenvergabe der Hertha-Spieler rüber. Und fangen wir mal an. Alexander Schwolo würde ich eine 7 von 10 geben. Eine Glanzparade gehabt, dennoch eine gelbe Karte kassiert. 7 von 10. Peter Pekerek kriegt von mir eine 8 von 10. Top-Spieler, heute richtig gut gespielt. Kostetik hatte nicht eine, eine Chance da durchzubrechen. Und ja, eigentlich auch Lermas und die ganzen Lindströms und Hauges im Griff gehabt. Da kam nichts durch über die rechte Seite. 8 von 10. Derek Boyata kriegt von mir auch eine 8 von 10. Sam Lermas hing heute mehr in der Luft als Davy Selke bei uns. Das ist schön, wie man ihn da so zurechtgerichtet hat. Niemand kam da heute durch, durch die Verteilung. Boyata, nicht so früh rausgerückt. Perfekte Stellungsspiel, perfekte Zweikampfquote, aber auch natürlich auch noch nicht nur eine gute Zweikampfquote, sondern auch noch eine gute Spielaufbau, der war heute auch mal gut. Und natürlich auch die Ballgewinne, die waren wichtig. Niklas Stark, meinetwegen eine 7 von 10 Punkten. Fand ich ein bisschen unauffälliger als Derek Boyata, aber Niklas Stark hat euch heute natürlich auch eine gute Leistung gezeigt. Plattenhardt 6 Punkte. Meiner Meinung nach war Plattenhardt heute einer der unauffälligsten Spieler auf dem Spiel, weil alles ging eigentlich so ziemlich über die rechte Seite, über die Seite von Pekarek und Marco Richter. Da war Plattenhardt ein bisschen untergegangen, aber dennoch eine durchschnittliche Leistung. Über links kam auch kaum etwas an Gefährlichkeit rein. Santi Ascaciba, 8 von 10. Top-Leistung, top. Wurde ich nicht viel zu sagen. Vladimir Darida, 8 von 10 Punkte. Auch meiner Meinung nach Top-Leistung. Da wären heute wie gesagt 4, 5 Vorlagen reingekommen, wenn dann alle Bälle ankommen. Und auch seine Laufleistung war natürlich wieder einzigartig. Suat Serdar kriegt von mir 7 von 10 Punkte. Heute unauffälliger gewesen als sonst, aber dennoch immer noch eine führende Kraft unserer Offensive. Maximilien Mittelstädt kriegt von mir 7 Punkte. Ja, ich weiß, Mittelstädt habe ich eigentlich als einen der schlechteren Spieler eingeschätzt. Dennoch, Mittelstädt hat das zweite Tor vorbereitet, hat schon zwei Torverlangen gesammelt in dieser Saison. Und darüber hinaus muss ich einfach mal sagen, Mittelstädt opfert sich auf. Er gibt alles für den Spieler. Er geht zurück, er geht die Wege, er geht von links nach rechts, um den Ball wiederzuholen nach eigenem Fehler. Und das finde ich, muss es sein, wenn man härter WSC-Spieler sein will. Darüber hinaus hat Mittelstädt eine sehr gute Passfute, hat aber dennoch einige dicke, dicke Fehler drin gehabt. Also da muss er eigentlich noch ein bisschen arbeiten, aber ansonsten war das heute ein gutes Spiel. Dann Marco Richter kriegt von mir auch 8 von 10 Punkte. Besser als Mittelstädt. Richter, der hat die Bälle erobert von, von, da kam er, der ist mit nach hinten gegangen. Hat hinten gemacht, seine Mentalität ist klasse, er hat auch ein Tor erzielt, also meiner Meinung nach ein Top-Spieler. Und Christoph Piotek, 6 von 10 Punkte, hing in der Luft, hatte einige Chancen, aber war deutlich besser als Isaac Belfodil. Und darüber hinaus muss man halt einfach mal sagen, Isaac Belfodil war heute nicht so gut. Dann gehen wir mal auf die Ersatzspieler ein. Ekelandkamp kriegt von mir 6 von 10 Punkten, nein, 8 von 10 Punkten natürlich. Hat ein Tor gemacht, war auch noch danach dran, beteiligt weitere Offensivaktionen zu kreieren. Und ja, Isaac Belfodil kriegt von mir 5 Punkte, das war heute nicht so gut. Viele Ballverluste und technisch nicht so stark wie sonst. Und Dennis Jastrzemski ist in der 73. Minute reingekommen, gut das Spiel stabilisiert und noch einige Offensivaktionen kreiert. Kriegt von mir aber leider auch nur 6 Punkte. So, soviel zu diesem Spiel heute, ich hoffe die Analyse hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Video, bis dahin, schönen Tag euch noch und tschüss.